Ich muss jetzt links. Ja, ja, links. Ich hoffe, dass es der ist. Aber was soll es denn sonst sein? Ja, ich meine... Andere Frühte, bergab, kann ich mir jetzt eh das schlecht hier vorstellen. Naja, das glaube ich auch nicht. Das ist ja das. Das ist er ja an dieser Zeit. Ich habe mir das vielleicht auch hoch vorgestellt. Ein Stück weit oben genug, finde ich. Ja, das ist er. Hier sind die Parkplätze und hier kannst du die Burg sehen. Von hier aus. Das ist nämlich auch noch ein ganz, ganz herrlicher Rundblick. Ja, das ist der Friedhof. Dann nehmt ihr die Teile. Kelly, ihr könnt diese drei Teile ja in irgendeine Tüte tun und ich guck schon mal, wo es ist. Ne? Unten drunter. Unter denen. So, wir sind jetzt also hier auf dem Friedhof von Cremieux. Und jetzt muss ich erst mal gucken, wo Ulla es gerade ist. Ich denke, das war irgendwo da hinten. Na gut, da gucken wir mal halt was hinten. Und das ist ja hier, wenn der Friedhof hier oben. Das ist ja ein ziemlich großer Friedhof. Ich denke ich Das hier ist das Grab von Ulla, das ist ganz schick. Und diese Teile hier, die waren damals schon, das war praktisch das, was zur Beerdigung auch schon da war. Ja, ganz hinten. Ja, das haben sie ganz toll gemacht, das muss man wirklich sagen, mit diesem Marmor und alles. Das sieht natürlich ganz teuer aus, da muss man auch nicht irgendwie, ja die Blumen sind auch künstlich, da muss man gar nichts wechseln groß. Wir haben wirklich ganz, ganz herrliche Dinge drauf. Das ist eines der schönsten mit, würde ich einmal gerade sagen. Ja, das ist echt richtig schön. Da muss ich euch mal... Guck mal, da hinten ist, siehst du das, da hinten ist die Burg und da können wir aber nicht hin, sondern die Burg, wo wir eben vorbeigefahren sind, da könnte man auch nochmal anhalten. Ja, das haben sie schön gemacht. Als wir das letzte Mal da waren, da hatten sie noch... Ja, da war das hier noch nicht so. Hätte ich hier den Namenloser Christ geschoben? Aber ich hätte schwören können, dass das weiter hinten war. So, jetzt nehme ich den Micky wieder. Da drüben ist ein Namenloser Christ geschoben. Das ist einfach ein fettes Gras, da steht aber kein Marge drauf, sondern man steht noch ein kleiner Jesus drauf. So, hier ist es korrektiert. Das ist verwacht. Was? In der Familiengruppe? Also, die war da oben. Was ist das? Okay... Was ist das? Ja... Was ist das? Das ist dein... Das ist dein... Die haben nicht so viel Geld hier, das ist ein Urnengräber, das ist klar, die sind ja nicht so groß. Und das hier ist wahrscheinlich sowas ähnliches wie, nö, Schade, Schade, das ist so wie nö, keine Ahnung, Gesundheit, guck mal, das hier ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Da hast du auch dein eigenes mit einem Namen dran. Und da ist auch ein Bild drauf, also das ist eigentlich auch ganz schön. Ja, das ist schön, das stimmt. Hat jeder auch seinen Platz, wo er das daneben oder draufstellen kann, also das wäre eigentlich cooler als diese Dinger, die wir da haben. Das ist wahr. Das ist wirklich... Nachdenkliche Komm mal, da hinten ist ein Borg Auch hier ist nur 1,7 Monate alt geworden. Das ist ja gemein. Untertitelung des ZDF, 2020